Als meine Kinder größer wurden, Cecilia, gib mir fünf! segne dir das Wunder jedes mit einer magischen Gabe. Aha, aha, ja klar, ich verstehe dich. Wie findest du den Film? Der Film ist supergeil. Ich finde den Film wirklich echt sehr, sehr gut. Ich habe den, als ich das Synchronsprechen gemacht habe, durfte ich einen Teil von dem Film schon schauen. Ein paar waren noch so 3D-Aufnahmen, die noch nicht so voll gerendert waren und so. Deswegen war es so halb schwarz-weiß, noch ohne Sättigung und mit überall so Berlin, Disney und so Streifen drüber. Also ich werde, glaube ich, wenn ich den Film noch mal sehe im Kino, richtig mitgenommen werden, weil ich sozusagen die schwarz-weiß-Version gesehen habe. Aber ich liebe die Message. Ich finde, es könnte gerade wirklich nicht besser zu mir passen mit meinem Album Machia, was einfach rauskam dieses Jahr und dann diese Magie in dem Film auch noch. Also irgendwie diese ganzen... Ich habe auch so eine Pflanzenwelt ja aufgebaut mit Dschungeln und alles. Und das ist ja in der Mitte von dem Amazonas sozusagen fast, in Kolumbien irgendwo. Und das ist für mich irgendwie total krass. Manchmal, weißt du, manchmal macht man Sachen und es passt alles so perfekt zusammen. Und das ist eine der Sachen, die gerade so entstanden sind. Unfassbar. Total, oder? Ich habe auch manchmal das Gefühl, irgendwie fügen sich die Dinge und... Ja, manchmal ist die Energie, die man aussprüht, die Ausstrahlung, die man in dem Moment vielleicht hat, das kommt dann irgendwie zurück und in der Form. Und ich bin total emotionalisiert. Ich liebe den Film und ich bin so gespannt auf die Premiere. Puff. Also ich muss echt sagen, jedes Mal, wenn ich im Kino sitze und einen Disney-Film schaue, denke ich, okay, das war der beste Film, den ich je gemacht habe. Ja, das ist perfekt. Das ist der Effekt, den er hat, ja. Ja, total. Encanto spielt in Kolumbien. Du wurdest in Spanien geboren. Du hast einen ähnlichen kulturellen Hintergrund, würde ich mal sagen. Und du hast zwei Geschwister, richtig? Genau, ja. Gab es Momente, in denen du dich und deine Familie wieder gefunden hast in dem Film? Hundertprozentig. Also die ganze Zeit. Ehrlich gesagt ist es so, dass meine Oma und mein Opa sind auch so sehr traditionell sozusagen aufgewachsen. Die leben schon seit Ewigkeiten, seitdem sie geheiratet haben, in einem Apartment in Barcelona. Und das ist deren Apartment sozusagen. Das ist so total anders wie ich. Mein Leben für mich so achtmal, neunmal schon umgezogen. Und das ist so krass, wie die Generationen anders sich verstehen. Und in dem Fall ist es dasselbe. Mirabel gibt den Großeltern eigentlich was mit, oder der Abuela was mit, was ihre Sichtweise ist. Und dann schafft sie es, dass Abuela auch in ihrem Alter, wo man eigentlich denkt, sie ist schon so gefangen in ihrer Sichtweise, schafft sie das alles irgendwie umzulenken und dass doch alle offener werden. Und doch alle nochmal anders Verständnis dafür haben. Und es ist total schön zu sehen, wie bei mir auch in meiner Familie, hat ja auch jeder seine Funktion. Und der eine ist total laut, der andere redet nie, der andere irgendwie macht nur Quatsch. Dann ist einer, der die ganze Zeit nur klugscheißer Sachen macht. Also es ist einfach total cool. Und ich habe es geliebt, dass es wieder so ein Film einfach so eine traditionelle Familie repräsentiert. Weil bei mir das genauso ist. Und an Weihnachten sind wir 25 am Tisch. Und das ist dann ähnlich wie bei denen. Wir sagen halt nicht, familia, schauler. Aber trotzdem ist es ganz schön. Welche Gabe wurde dir in deiner Familie gegeben? Boah, ich glaube, mir wurde die Gabe gegeben von der Positivität, der Freude. Also der Freude versprühen, egal was. Egal wie schwierig die Momente sind. Egal was man durchmacht im Leben. Und genau, ich glaube, meine Gabe ist wirklich diese Freudeverantwortung. Und außer der Musik und so weiter natürlich. Aber die Musik ist auch die größte Gabe, eine der größten Gaben, die ich habe. Aber vor allem eben das, die Freude versprühen, dass alles so leicht aussieht, was ich mache, obwohl es total schwierig ist. Und das ist dann, ja, das ist total schön. Das habe ich auch in den letzten Jahren. War es auch super. Und sind alle total happy in meiner Familie. Also ich bin sehr, sehr attached. Du hast es gerade schon erwähnt. Also man hat eine Gabe. Und damit geht aber halt ganz schön viel Verantwortung einher. Und Erwartungen und Druck. Was wir auch in dem Film wunderbar erklärt bekommen. Ist es bei dir auch so? Und wie gehst du damit um? Klar, also ich glaube, dass meine Verantwortung, ich meine, es gibt ja so bei mir ein bisschen so eine Phase und eine zweite Phase. Es gibt halt Alvaro vor der Musik. Also vor dem Erfolg sozusagen. Musik war immer schon dabei. Aber vor dem Erfolg und Alvaro nach dem Erfolg oder in dem Erfolg. Und das ist auch so ein bisschen meine Verantwortung, dass meine Familie versteht, was es alles heißt, wie alles ist. Dass vielleicht, ich nehme sie auch immer mit, also versuche sie immer mitzunehmen, wenn ich kann, bei Konzerten, bei TV-Shows, bei Radio-Festivals, bei Interviews, damit sie sehen, was es alles heißt. Weil wenn man nur das sieht, was man im Fernsehen sieht oder überall, dann sieht immer alles so krass aus und so. Boah, ist ja unfassbar, ist ja riesig. Und dann kommt man vielleicht mit mir und dann sagt man, ah, okay, das wirkt dann doch nicht so skurril, wie man sich das vorstellt vielleicht. Weil keiner weiß, wie das Backstage aussieht bei uns immer. Und das ist dann eben ganz schön. Und deswegen meine Verantwortung ist immer, sozusagen sie mitzunehmen und dass wir immer noch auf derselben Wellenlänge sind, weil sonst es ist total anders wie das Leben von meinen Eltern und mein früheres Leben wie dem Leben, was ich jetzt habe. Deswegen ist es gut, dass man die Leute auf die Geschwindigkeit mitholen kann. Es klingt ja immer sehr romantisch. Also wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, dass du Camellio sprichst, was ja auch total cool ist. Aber du hast halt auch diesen Endcreditsong beigesteuert. Aber wie läuft sowas eigentlich ab? Ist es so romantisch und so easy peasy, wie es klingt? Oder steckt da so ein richtiges Business dahinter? Bei Disney, alle die, ich habe das ja auch in Italien synchron gesprochen und gesungen. Also ich mache das in beiden Sprachen, Italienisch und Deutsch. Und bei beiden, ich finde es ist so cool, weil ähnlich wie bei Produktionen, wie bei The Voice Kids zum Beispiel. Man merkt, dass eine Fernsehshow, natürlich ist es auch eine Art Business oder eben, aber es geht hundertprozentig um die Musik. Bei Disney geht es hundertprozentig um den Film, dass alles stimmt, dass alles, was man macht, passt. Dass jeder, der synchron spricht, alles irgendwie, also vom Vibe auch dazu passt. Und ich hatte die beste Zeit in dem Synchronsprechstudio, weil das war der Regisseur, der war der coolste Typ. Wir haben so gelacht die ganze Zeit. Das war einfach für mich die beste Erfahrung. Ich wollte direkt noch einen neuen Film synchronisieren und eine andere Rolle sogar, die noch nicht vorhanden war. Da dachte ich, egal, ich mache die dann einfach in einer anderen Stimme dann oder so. Also ich habe total viel Spaß gehabt. Und das geht halt hauptsächlich um die Liebe für den Film, um die Liebe, die Persönlichkeiten, die Charaktere ins Leben zu erwecken durch die eigene Stimme und durch die Liebe, die man reinsteckt. Also man merkt schon, bei so einem Film, wenn man das nicht liebt, dann kann man nicht die Freude spüren, die man spürt, wenn man es sieht. Und das sieht man wirklich. Das merkt man.